I made a promise that I was done with this life. It's not what it looks like. Aaaaaahhhh! 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 Hallo Leute, willkommen zurück bei Uncharted 4! Und weiter geht's da... ...um Spooky House! Oh nein! Oh nein! Aaaaaahhhh! 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 Sooo... Aaaaaahhhh! 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 Aaaaaahhh! Aaaaaahhhh! Aaaaaahhhh! von hier ist sie auch verriegelt ein haufen schmerzmittel abin Ich schaue dir eine Geschichte, eine Blut. Evelyn, ich hatte gehofft, dass ich diesen Brief nicht schreiben müsste. Ich hatte gehofft, mein Standpunkt wäre in unserem letzten Gespräch deutlich geworden. Ich hatte gehofft, dass mein Ignorieren deiner wiederholten Kontaktversuche eine unmissverständliche Botschaft wäre. Als ich erfahren habe, dass du meiner Tochter einen Check geschickt hast, wurde mir klar, dass meine Botschaft zu subtil für jemanden wie dich war. Ich brauche dein Geld nicht. Genauer gesagt, ich will dein Geld nicht. Ich kann sehr gut ohne deine Hilfe für meine Familie sorgen. Es beleidigt unsere beider Intelligenz. Vorzutäuschen, dass deine leere Gäste irgendwie unsere Beziehung wieder aufleben lassen könnten. Das Wenige, was uns noch verbunden hat, war in dem Moment zunächst, als du dich dazu entschieden hast. Vaters Begräben ist, nicht beizuwohnen. Er hat dich bis zu seinem letzten Atemzug geliebt. Ich tue es nicht. Ich bete, dass du Frieden darin findest und auch du dein ganzes Leben lang gesucht hast. Aber kontaktiere mich oder meine Familie nie wieder, Atemzug. Echt traurig. Hm, ja. Traurig, traurig. Das ist leider. Und? Was gefunden? Keine Aufzeichnungen. Tja, okay. Da ist noch die andere verschlossene Tür. Komm! Aufzeichnungen zuhauf. Mal sehen, was wir finden. Ja, dem Ganzen. Das ist zu offensichtlich. Geh. Nein. Zarpeter, der Grosse und das Bädesteinzimmer. Kolijaru Jurokow, Staatliche Universität, St. Petersburg. Ich kenne Schätze aus Wienland. Stefan Tremblay, Universität Toronto. Nein. Nein. Das ist nix. Ja? Ja, Mann. Ich kenne Schätze aus Wienland. Nein. Nein. Sam, hast du da was? Ja. Da sind sie. Juhu. Reichtümer des Paradieses? Henry Avery. Der Gunswell-Raub. Was hast du da? Das habe ich noch nie gesehen. Ja, ich auch nicht. Aber das... Nein, das ist eindeutig Mams Handschrift. Nehmt die Hände hoch. Langsam. Hey, hey, das ist nicht nötig. Was hält ihr da? Hey, 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 zielen Sie nur auf mich. Gib mir mein Buch. Okay, okay. Okay. Tut mir leid, Nathan. Und was jetzt? Jetzt. Warten wir. Auf die Polizei. Hey, das wollen Sie sich doch bestimmt nicht antun. Stopp. Ich meine, das Leben von zwei Kindern zu zerstören ist. Ich will euch wirklich nicht erschießen. Kommen Sie, Lady. Es ist doch gar nichts passiert, stimmt's? Wir alle müssen uns den Konsequenzen unserer Taten stellen. Müssen Sie ihnen wenigstens gehen. Ich brachte ihn her, um Ihnen die Sachen unserer Mutter zu zeigen. Das ist alles. Sie hat gar nichts damit zu tun. Was? Das heißt, das war allein meine Idee. Nein. Die Sachen eurer Mutter? Ja, die Aufzeichnungen sind von unserer Mann. Ihr seid Kassandra Morgens Jungs. Hi. Mein Gott. Er hat euch fast erschossen. Ja, könnten Sie noch immer. Also, würden Sie... Sie kannten Mom? Sie hat für mich gearbeitet. Wie ihr sicher bemerkt habt, bin ich sowas wie eine Sammlerin. Das ist mal eine Untertreibung. Also, hat Mom für Sie übersetzt? Eure Mutter war die brillanteste Historikerin, die ich je getroffen habe. Wir hätten gemeinsam so viel erreichen können. Doch dann Ihre Krankheit, die... tut mir leid. Nein, schon gut. Das ist lange her. Von all Ihren Entdeckungen wäre das die absolute Krönung gewesen. Sig, Marvis, Magna. Großes aus kleinen Ursprüngen. Sir Francis Drake's Wahlspruch. Ja, Latein und historische Figuren. Das waren unsere Themen beim Abendessen. Wir waren eine seltsame Familie. Hat sie euch je von ihrer Theorie über Sir Francis Drake und seine Nachkommen erzählt? Sir Francis Drake hatte keine Nachkommen. Das will die Geschichte uns weismachen. Aber eure Mutter und ich sahen das anders. Die Geheimnisse dieses Piraten zu lüften ist noch ein Abenteuer, dem ich lebwohl sagen muss. Ich muss wohl vielem lebwohl sagen. Verzeiht mir. Das Gerede einer alten Frau. Ja. Ja. Dankeschön. Ihr habt genauso viel Anspruch darauf wie ich. Wer weiß. Vielleicht beendet ihr ja eines Tages, was sie begonnen hat. Ja, also. Sind wir aus dem Schneider, ja? Ich regel das mit der Polizei. Ihr habt ja reingefunden. Da findet ihr auch allein wieder raus, hm? Ja. Ja. Machen wir ja. Das Chaos tut mir leid. Okay, komm Nathan. Gehen wir. Alles okay? Heilige Scheiße. Nein, nein, nein. Hey. 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 Sam? Sam? Hier ist die Polizei. Das ist okay? Warte, wir müssen doch was tun. Wir müssen dringend hier verschwinden. Wir können sie doch nicht hier lassen. Wir können nichts für sie tun. Okay, wir müssen abhauen. Wenn die Cops uns hier finden, dann... Sam? Nathan! Wir müssen weg. Sofort. Bitch. Oh, scheiße. Fenster, Fenster, komm! Okay, Sie sehen oben nach. Sie, komm mit mir. Hört ab. Beeilung. Warte. Hey, ist die beim Grunden da? Mist. Vorsicht. Ich hab noch nichts von drin gehört. Auf ist los. Bitte hör uns. Hey. Sam? Ich hab dich. Ich springe einfach. No. No. Komm schon, Stein. Komm schon. Ich komme. Verdammt. Das Eingangstor sieht gut aus. Eingangstor. Geht klar. Hey, langsam. Okay. Okay. Hey, Finn. Ist es okay? Ihr da, stehenbleiben. Lauf weg. Sehr lang. Hier werden wir los. Hier ist Officer Murphy. Wir haben zwei Verdächtige. Zu Fuß. Ein Erwachsener, ein Jugendsicher, männlich. Stehenbleiben, verdammt. Ihr da, auf den Boden. Scheiße. Hände über den Kopf. Stopp da, dann. Hier hinten. Los, 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 los. Ja, da sind sie. Hör dich. Komm, los. Hustige Erwärmung. Hab ich schon. Letzte Warnung. Auf den Boden. Hände über den Kopf. Hör dich. Ach, Mist. Ja, komm. Lauf. Hier drüben. Na, beim Gästehaus. Lauf. Ah, Mist. Die hauen ab. Los, da will ich den Container. Okay. Mach, mach, mach. Tschüssi, Ufer. Ja, Mann, Mann. Wir sind noch zurück. Wir sind noch zum Haupttor. Steig auf, Fils. Komm. Go, 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 go. Gib Gas. So, wir sind in Sicherheit. Lass uns mal kurz verschnaufen, ja? Ja. Was für eine Nacht, hä? Was für eine Nacht. Diese alte Frau. Hey. Hey, jetzt hör mir mal zu. Das vorhin war nicht unsere Schuld. Ich meine, die Frau, die... Die war... Krank. Nein, ist ja okay, sich nicht zu fühlen. Aber wir hätten da nichts tun können. Und was machen wir jetzt? Ich kann nicht zurück ins Waisenhaus. Du kannst nicht zurück zu deinem Job. Dann lassen wir es. Klar. Nein, ich meine es ernst. Wir beide hauen so weit von hier ab, wie wir überhaupt nur können. Ja? Und wie lange bis die Cops uns finden? Oh, ich glaube, die suchen nach Nathan und Samuel Morgan. Ja, das sind wir. Wenn wir das nicht wären? Nathan? Vorhin in dieser Welle wusstest du genauso viel über diesen Kram wie diese arme alte Frau. Hier. Ich wusste schon immer, dass das Schicksal Großes mit uns vorhat. Aber bis heute Nacht... wusste ich nicht, was das heißt. Aber das... Mams unvollendete Arbeit... Das ist unsere Chance, ein neues Leben anzufangen. Mit neuen Identitäten. Wovon redest du da? Ich kenne ein paar Leute. Die fälschen astrein Papiere. Und was unsere neuen Namen angeht. Warum glaubt es, Sir Francis Drake hätte Nachkommen gehabt? Wer will das Gegenteil beweisen? Du meinst das ernst, oder? Nathan, das ist unser Schicksal. Und ich verspreche dir, du und ich zusammen. Wir werden es weit bringen. Na, was sagst du? Nathan Drake. Und danach änderte sich alles. Du weißt schon, wir wurden Entdecker. Abenteurer. Hauptsächlich Diebe. Au! Okay, halt mal still. Eine Weile lang war es so. Wenn wir uns nicht im Knast abgewechselt haben, dann haben wir zusammen drin gesessen. Und... Nachdem ich ihn verloren hatte? Nachdem ich dachte, ich... hätte ihn verloren. Du wolltest nicht mehr über ihn reden. Sowas in der Art. Tja, das war's. Jetzt weißt du alles. Bei dir bezweifle ich, dass das alles war. Aber... Das war schon viel. Und was denkst du jetzt? Ich denke, dass du Glück hattest, dass ich dich gefunden habe. Ja. Ja. Hm. Hm. Ich bin froh, dass du kein Bein verloren hast oder so. Wäre verteufelt schwer geworden, dich hier rauszuschaffen. Wie hast du mich überhaupt gefunden? Ach, weißt du, das war ein Kinderspiel. Einfach immer dem Klang der Schüsse nach. Nein, ich meine, wie bist du... hergekommen? Ach. Na klar. Sully, kommen. Na, Schützchen. Wie geht's ihm? Ach, weißt du, er ist angeschlagen, aber er lebt wie zu erwarten. Jetzt brauchen wir nur noch den anderen, Drake. Wie meinst du das? Nate kann's dir erzählen. Hey Kumpel, schön, dass du da bist. Wollte ich nicht verpassen. Was ist mit Sam? Brave hat ihn. Scheiße. Weißt du, wo sie sind? Ja, sie wollen zur Nordseite der Insel. Sieh mal, ob du dort einen Platz zum Landen finden kannst. Sobald wir Sam haben, müssen wir verdammt schnell hier weg. Verstanden. Hey, hey, hey. Und der Schatz. Vergiss ihn. Wir brauchen ihn nicht. Aber Alcazar... Na, es gibt kein Alcazar. Das war alles Blödsinn. Na warte, du meinst... Die Schulden, die... Die flochen. Ja, Sam hat alles erfunden. So ein Arschloch, was? Pass auf, ich werd dir alles erzählen, wenn wir uns sehen. Okay? Ja, ich kann's kaum erwarten. Hört zu, passt da unten auf euch auf. Du kennst uns. Wir tauschen. Danke. Bitte. Nein, ich meine... Danke, dass du mich gerettet hast. Wieder. Diesmal hätte ich's fast nicht gemacht. Okay. Komm. Wir müssen jetzt los. Wir wollen also zur Nordseite der Insel. Ja, nur der... Den guten wie den schlechten Tag. Der Gründer von Libertalia. Und dort bringt Rafe seinen Bruder. Der Schatz ist bestimmt dort. Wir müssen Sam retten, bevor sie ihn finden. Aber Ellers. Die avoided. Ich weiß, warum wir die gleiche? Der Schatz ist nicht möglich. Die war's. Der Schatz ist nicht. Der Schatz ist nicht.